Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres schönen Podcasts, voll in die Presse, heute in der Drei-Mann-Besetzung mit Karl-Heinz Ballermann, der nachdenklich in seinen Unterlagen vertieft ist. Schön, dass ich hier bin. Einen Satz verpasst. Und im Homeoffice Adwide, der Jute Sammer. Was? Ist, musst du sagen. Du wirst ja immer wortkarger. Was ist denn da los bei dir? Herrje, Herrje. Vielleicht, weil wir gerade schon so mitten in die Diskussion eingestiegen sind, kann ich mal auf die Diskussion auf der Homepage zu diesem Podcast hinweisen. www.benanza.de Wer die nicht kennt, weil sie vielleicht auch nicht überall mitgeschickt wird in die Kanäle, schaut einfach mal rein. Da gibt es immer noch ausführlichere Shownotes, Fotos, Getränkebeschreibungen und gelegentlich auch Kommentare von den Mitstreitern hier. Was sind denn Shownotes? Shownotes, du bist Podcaster und weißt nicht, was Shownotes sind. Ne, sag mal. Am Ende ist das einfach nur der Artikel, den wir immer dazu schreiben. Ja, aber wir sprechen ja hier die Szene an. Also Shownotes oder eben einfach ein Artikel, wo wir dann die Fotos hochladen, die wir von dem Gesaufe machen und so weiter. Und eben auch eine Diskussion möglich machen. Und zur letzten Folge hatte sich da eine kleine Diskussion mit dem Ruhrpott-Mädel und den Mitstreitern aus diesem Bus ergeben, die wir an dieser Stelle, nicht die Mitstreiter, sondern das Ruhrpott-Mädel grüßen, weil sie im Krankenhaus liegt und ihr gute Besserung wünschen. Wir müssen ja unsere beiden Fans hier hegen und pflegen. Ja, gute Besserung. Und vielleicht habt ihr auch einfach Lust, mal in solche Diskussionen einzusteigen. Würde uns freuen, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Aber nur, wenn ihr nicht widersprecht. Also wir wollen da jetzt eigentlich nur großes Lob. Wer hat noch eine Liste gemacht, was wir hören wollten? Großes Lob, Anerkennung. Ich glaube, das ist auch aus Nordkorea. Gibt es auch so ein Handbuch, was man sich da zu Rate ziehen kann? Nein, nein, völlig falsch. Also sorry, den Ballermann, dem müsst ihr richtig Feuer geben. Ihr dürft da auch mal so ein bisschen beleidigend und ausfallend werden. Also bitte da richtig Feuer in die Kommentare. Ja, aber Beleidigungen sind beim Ballermann Komplimente. Das feuert den ja nur an. Eigentlich musst du den loben und sagen, was für ein toller Kerl er ist. Dann denkt er über sein eigenes Handeln viel mehr nach. Dann begreife ich das als Ironie. Das ist das Schlimmste. Dann komme ich ins Zweifel. Ja, genau. Ja, aber vielleicht, damit die Leute was so diskutieren haben, können wir ja auch mal ein bisschen was hier vom Stapel lassen. Das finde ich auch. Und ich hätte auch einen Punkt, der ist mir wichtig. Ich glaube, da könnte man auch gut eine Diskussion dann aufmachen. Erstmal, sag mal, wie geht es dem Knie? Dem Knie? Ja. In meinen Knien geht es gut. Jedenfalls besser als deinem Kopf. Wirst du wieder fit? Glaubst du, du wirst irgendwann jemals nochmal wieder auf dem Platz stehen? Jemals nochmal auf dem Platz stehen? Ja, da braucht man ja kein Knie für. Der Kaiser, der stand auch 90 in Rom auf dem Platz und war der Größte. Also, na gut. Vergleichst du dich jetzt mit Kaiser Franz? Kaiser Sammer? Ja, sicher. Wallermann, worauf willst du hinaus? Ja, genau. Worauf willst du hinaus, du Vogel? Ja, auf die Diskussion, ob der Sammer jemals wieder auf den Platz kommt mit seinem Knie. Das können wir doch mal diskutieren. Da versteht ihr aber wieder nicht. Doch, der Sammer, der Sammer, also der Namensgeber, der hat ja dieselbe Knieverletzung tatsächlich wie ich. Nämlich Infektion im Knie nach Kreuzbandriss. In diesem Sinne schönen Gruß an Matthias Sammer aus unserem Podcast. Du kannst auch gern bei uns im Bus mitmachen. Aber der hat, glaube ich, eine bessere Versicherung gehabt, die ihn gegen Berufsunfähigkeit absichert als ich. Also, hat mich aber damals tatsächlich, als ich im Krankenhaus lag mit dem Mann, irgendwie habe ich mich verbunden gefühlt, weil ich gelesen hatte, dass er genau denselben Scheiß erlebt hat. Einfach so eine OP im Krankenhaus, alles schiefgelaufen und dann Sportinvalide. Aber selbst ich habe seitdem schon hin und wieder mal wieder unvernünftigerweise auf dem Platz gestanden und so ein bisschen rumgehängt. Ja, und du hast es in den Benanza-Bus geschafft, der Matthias Sammer noch nicht. Ja, aber wie gesagt, er ist herzlich eingeladen. Die Türen sind offen. Auch jetzt, falls ihr Vogelzwitschern hört, weil es hier so warm ist, ist eine Schiebetür auf. Vielleicht kommt ja wieder lustiger Besuch vorbei. Lothar Matthäus, vielleicht kommt Lothar Matthäus vorbei. Das war doch ein großer Held von dir. Nee, nee, Karl-Heinz Rummenigge war ein großer Held. Ja, wenn der vorbeikommt, wollen wir mal rufen? Karl-Heinz! Nee? Er hört mich nicht. Nee, nee. Sammer, was hast du denn da vielleicht irgendwie für uns mal pressemäßig am Start? Ja, pressemäßig. Ich kann gerne den Anfang machen. Also ich habe heute am Start eine Geschichte normaler, normalen Umfangs, normaler Länge und ich habe auch wieder mindestens zwei schöne kurze Meldungen, die ich ja immer gerne bringe. Pass auf, ich mache dir mal einen Vorschlag, fang mal mit einer kurzen Meldung an. Aber nicht die, aber Sammer, nicht die Meldung von der 113-jährigen Ältestenfrau Spaniens, die jetzt Corona auch überwunden hat, von der Maria Brañas, die auch den spanischen Bürgerkrieg und auch die spanische Grippe überlebt hat 1918. Nicht, dass du mit diesem komischen Positivgesäusel um die Ecke kommst. So, das habe ich jetzt schon mal gleich mal vorabgestellt. Das alte Blessun aus Spanien. Das alte Blessun aus Spanien, die Maria Brañas. So stellst du mich in der FAZ. Du meinst die, die über dein Heimatdorf mit dem Heißluftballon geflogen ist und diese komischen Anordnungen unten am Boden gesehen hat bei dir im Garten? Ja, nee, ich glaube, bei der war 36 Jahre die Legion Kondor am Himmel zu sehen. Von daher, nee, ich glaube, die wäre jetzt nicht mit dem Heißluftballon geflogen. Aber 113 Jahre, die hat es auch überstanden. Ja, schon krass. Nicht schlecht. 113? Ja, Ben, du möchtest jetzt erst eine kurze Meldung hören von mir. Kann ich daraus schließen, dass ihr noch einen unglaublichen Ballermannschen-Dauermonologen plant? Oder was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass wir Durst haben und ich will nicht so als der totale harte Alkoholiker hier rüberkommen und sofort das Bier rausholen. Ja, und deswegen dachte ich, wir machen mal ein bisschen Presse und dann gibt es wieder Bierchen. Okay, gut. Gut, damit du ein Alibi hast, endlich das Bier öffnen zu dürfen, komme ich direkt mal mit einer schönen Meldung, die auch genau dazu passt um die Ecke. Und zwar aus dem Express vom 21. Mai, also Brühwarm. Da geht es auch gleich um Kölle. Und zwar haben die Betreiber des Kölner Lokals Bagatelle, vielleicht kennt ihr dieses Lokal ja sogar, die Betreiber haben anlässlich der bekannten Corona-Pandemie kleine 10 Milliliter Desinfektionsfläschchen auf ihren Tischen im Lokal verteilt. Am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch, also vor dem Vatertag, haben mindestens drei Gäste diese Fläschchen für Obstler oder Grappler gehalten und auch Sex getrunken. Oder vielleicht waren das auch Trump-Anhänger. Vielleicht waren es auch Trump-Anhänger, genau, das thematisiert der Express sogar auch kurz. Jedenfalls war es dann so, dass die Betreiber das zum Anlass genommen haben, am Donnerstag, also am Vatertag, mit einem Post im sozialen Netzwerk eine Warnung an die Kunden rauszugeben. Und da schreiben die beiden Betreiber, liebe Väter, wir verstehen ja, dass ihr gestern wegen heute schon sehr durstig gewesen seid. Aber bitte sauft nicht unser liebevoll abgefülltes Desinfektionszeug. Wir geben zu, eventuell war es etwas fahrlässig, es in kleinen Fläschchen zu füllen und auf jeden Tisch zu stellen. Aber dass es dann mehrfach auf Ex getrunken wird und anscheinend für Grapper oder Obstler gehalten wird, damit haben wir dann doch nicht gerechnet. Ja, also das war die Warnung der Betreiber der Bagatelle. Der Express hat natürlich, Qualitätsjournalismus ist das ja bekanntlich, dann auch nochmal nachgefragt bei der Bagatelle selber. Und ich weiß nicht, ob Herr oder Frau Rabe dann zum Express sagte, ja es stimmt, getrunken wurde es je in Ehrenfeld und Syltz. Ich weiß von dreien und es wird aber auch gleich Entwarnung gegeben, den Kunden sei nichts passiert. Die hätten sich nicht übergeben müssen und hätten normal weitergetrunken. Das ist nochmal auch das Wichtigste. Und damit das künftig nicht mehr passiert, haben die Betreiber nun einen Aufkleber kreiert, der auf die kleinen Fläschchen kommt, wo drauf steht, Bagatelle Desinfektion. Aber sorry, steht das da drauf, weil wenn ich in der Kneipe bin, ich würde das glatt auch für einen, erst recht jetzt wahrscheinlich, für einen kurzen halten, dass einer sagt so hier, geiles Desinfektionsmittel, schön hart gebrannten auf dem Tisch. Bei mir müsste man auch aufpassen mit den Blumenbasen, da kann man immer froh sein, wenn da was Blumen drinstehen, sonst wäre das auch weg. Ja gut, wo eine Flüssigkeit drin ist, aber das ist glaube ich nicht ganz so schädlich, auch wenn es eklig ist, wie so ein Desinfektionsmittel. Aber sag mal, das wäre doch cool, wenn du daraus jetzt einen Schnaps machst, dann schreibst du. Genau, deswegen glaube ich, wenn da steht Bagatelle, was eine bekannte Kneipe ist, Desinfektion, würde ich sofort denken, ja, so wie, keine Ahnung, Krabbel die Wande Nuff oder Küss den Frosch oder wie die Dinger alle heißen. Wie heißt das denn? Kleiner Feigling, das meine ich so, kleiner Feigling, da sind ja auch keine kleinen Feiglinge drin. Echt nicht? Ja, ich höre schon, ich höre schon, ihr würdet euch ja aufgefordert fühlen, dass dann erst recht wegsägt. Durch den Aufkleber, also wenn ich, ich würde nichts saufen, wo gar nichts drauf ist, weil ich es nicht weiß. Das ist doch auch so eine Art medizinisches Produkt, das könntest du doch auch hier wieder zur Verköstigung anbieten. So wie Schleimlöser und dann einfach mal so ein... Ja, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, Ballermann, für dich wäre es genau das Richtige, richtig, ja. Aber da bin ich jetzt gerade ein Stück froh, dass dein Knies dir momentan nicht erlaubt, in diesen Bus zu kommen. Ja, ich denke mir, ich denke mir für euch noch was Feines aus, aber jetzt könnt ihr dann ja, denke ich mal, das war ja jetzt dann der Alibi-Beitrag. Überhaupt nicht, sag mal, ich muss dir leider sagen, das war gar kein Alibi-Beitrag, der hat mir sehr gut gefallen. Da hast du einen sehr schönen Beitrag rausgesucht. Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen, deswegen habe ich ihn ja ausgesucht, aber ihr könnt dann jetzt endlich euer Bier öffnen. Ja. Oder was auch immer ihr da habt. Ja, und zwar, das werde ich erzählen und vielleicht, wenn du was zu trinken hast, kannst du das auch gerne erzählen, was du hast, weil wir haben ja gesagt, dass wir, das verkommt hier so zu so einer reinen Begleiterscheinung, das Aufreißen von Bier und Wegschütten. Wir hatten ja eigentlich auch immer gesagt, dass wir auch ein bisschen was dazu erzählen wollen. Deswegen habe ich mir mal das hier hingedruckt, was wir, was wir hier haben. Also das Erste, wir sind jetzt mal weg vom Mai und nach Asien geht es dieses Mal, zumindest für mich. So, das könnt ihr direkt aus der Flasche machen, du kannst aber auch einen Becher haben. Ich verrate noch nicht, was draufsteht. Ja, ich verrate es aber gerne. Das ist eine grüne Flasche und da sind meine Lieblingstiere drauf. Würmer. Zwei Elefanten. Und jetzt frage ich euch, das ist ein Bier aus Thailand mit zwei Elefanten drauf. Ich weiß nicht, ich war noch nie in Thailand, aber wenn du jetzt Thai sprechen würdest, wüsstest du auch, wie das Bier heißt. Sag mal, hast du eine Idee? Denn ich verrate mal, das heißt nämlich Bier auf Thailändisch. Äh, sorry, Elefant natürlich auf Thailändisch. Ja, Elefant, das heißt ja Chang. Du Spinner. Ja, das weiß doch jeder. Also Elefant auch Thailändisch, tut mir leid, da kann ich nicht, da kann ich nicht mit aufwarten. Ich meine, der Ballermann ist doch hier unser Asien-Experte, der spricht Mandarin fließend unter anderem. Und Thai offensichtlich, denn Chang ist natürlich richtig, könnte auch geholfen haben, dass da eine Flasche Chang in der Hand hält, wo das dick und fett draufsteht. Chang Bier, das Klassik-Bier, das ist sozusagen die Klassik-Variante, die schöne grüne Flasche. Wie gesagt, machen wir auch ein Foto und nur ganz kurz, wir müssen es ja auch nicht zu sehr übertreiben. Dieses Bier, das ist aber ganz interessant, das gibt es nämlich noch gar nicht so lange, erst seit 1994. Denn früher war in Thailand generell Alkohol verboten, beziehungsweise es wurde streng überwacht, staatlich reguliert und so weiter. Und dann gibt es einen Unternehmer, da würde ich jetzt den Ballermann, weil er ja die Sprache besser spricht, würde ich mich mal bitten, das mal vorzulesen, wie der heißt. Weil ich bin ja nicht... Ja, das ist Karo N. Shiri Bantan Bhakti. Ja. Der Shiri Bantan Bhakti, dem gehörten elf Thai-Whisky-Brennereien. Und der war zufällig auch der Chef von allen zwölf staatlichen Distillerien. Und als 1991 der Markt da in Thailand liberalisiert wurde, hat er ein Joint-Venture mit Carlsberg gemacht. Carlsberg war da natürlich schnell das beliebteste Bier in Thailand. Und da hat er sich gedacht, ich mache mal noch ein eigenes thailändisches Bier, nämlich Chang. Das haben sie 1994 auf den Markt gebracht und es ist heute das beliebteste Bier in Thailand, das größte. Und es hatte auch irgendwie einen unglaublichen Marktanteil von 57,9 Prozent. Also zwei Drittel der Menschen trinken Chang-Bier. Carlsberg ist nur noch auf 1,6. Die sind dann irgendwann auch aus dem Joint-Venture ausgestiegen. Also dieser besagte Unternehmer ist echt ein cleverer Typ, der nicht nur die Distillerien hat, sondern auch das Bier richtig gut vermarktet hat. Und damit wir jetzt mal wissen, wie das schmecken, wie das schmecken tut, stoßen wir mal an hier. Prübschen, Hände. Sag mal, was steht denn bei dir auf dem Tisch? Boah, Elefantenpisse. Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Das heißt ja, Chang Pipi steht da ja noch drunter. Ich weiß jetzt, warum sich Carlsberg aus dem Joint-Venture zurückgezogen hat. Die konnten das nicht mehr verantworten, dass da die Elefanten immer in der Reihe standen und da reingepinkelt haben. Nur eine Sache, was auch zeigt, du kannst das jetzt nicht sehen, aber was auch zeigt, dass der wahrscheinlich sich nicht komplett neues Bier ausgeteilt hat. Also wenn du eine Carlsberg-Flasche vor Augen hast, die Ähnlichkeit ist schon frappierend, fällt mir gerade so auf. Das C und die ganze Schreibweise. Aber sag mal, was hast du? Ja, ich habe überhaupt nichts Spezielles am Start, nämlich nur hier gutes deutsches Wasser, weil zur Erklärung, ich hatte mir schön was ausgedacht und habe es dann aber über den Feiertag vergessen zu besorgen. Und das muss ich dann nachholen, das wird dann, vielleicht bin ich ja nächste Woche wieder im Bus dabei, das wird dann meine Überraschung. Ach, das wäre schön. Aber sag mal, weißt du was? Aber Apotheken haben doch auch am Wochenende auf. Stimmt. Das wäre eine schöne Zertifektionzeug. Ja, am Feiertag hätte ich in die Notapothek gefahren müssen, das stimmt. Aber weißt du, sag mal, wir haben wahrscheinlich den gleichen Sternenstand gehabt. Mir ist das gleiche widerfahren, ich habe es auch vergessen. Und ich habe es auch alles, ich habe es aber schon gekauft gehabt. Also bei mir gingen schon wieder schöne Köstlichkeiten im Kühlschrank. Und weil ich das wusste, habe ich gedacht, das ist die ideale Möglichkeit, die Elefantenpiste loszuwenden, die hier seit Wochen durch die Gegend fahre, weil das hier immer im Bus deponiert ist, das Bier. Aber sei es drum. Das hat jetzt also auch die richtige Temperatur. Nee, das ist ganz okay. Das ist jetzt nicht eiskalt, aber der Bus wird nachts kalt und ich habe das immer hier unten unter dem Rücksitz und da bleibt das eigentlich ganz gut kühl. Und ich würde das gerne mal zum Anlass nehmen, direkt in die Tierwelt einzusteigen. Denn was Insider höchstens wissen, aber die meisten Leute nicht, Elefanten, Chunks für uns Thailänder, sind meine absoluten Lieblingstiere. Für viele andere Menschen sind allerdings Katzen die Lieblingstiere, mit denen ich finde die schön, sehen schön aus, aber ich kann mit Katzen nichts anfangen. Ich bin Hundemensch, Hund hat ein Herrchen, Katze hat ein Diener. Deswegen Katzen sehen gut aus, aber ich finde sie machen mich jetzt nicht an. Aber ich möchte keinem Katzenfreund da irgendwie zu nahe treten, denn es gibt offensichtlich echt viele. Ihr erinnert euch doch bestimmt, als das mit YouTube so richtig losging, war doch mal eine ganze Zeit lang wahnsinnig in Katzenvideos. Ich habe es nie verstanden, die wurden geklickt wie Sau und Leute fanden es geil und ich glaube auch heute noch gucken sich einfach gerne Katzenvideos an, wo Katzen irgendwo einen Baum hochspringen oder ich weiß es nicht. Ich habe es nie groß geguckt. Vielleicht auch rammelnde Katzen, um mal die Geste von Herrn Ballermann hier zu erklären, aber ich glaube auch ganz normale Katzen, die nicht da gerade auf der Pirsch waren. Nach den Katzenvideos gab es dann mal so eine Phase, da haben sich Leute aus einer bestimmten Perspektive ihre Katze vors Gesicht gehalten. Das waren dann so diese Katzenbärte, das waren dann immer so Fotos, die gingen dann so in die sozialen Medien, wo dann dieser etwas spitz zulaufende Katzenkopf aussah wie ein Bart von der Person, die dahinter war, deren Augen und Nase nur zu sehen war. Und jetzt im Zuge der Corona-Zeit, weiß ich nicht, die Leute ist langweilig, gibt es einen neuen Trend. Und zwar Menschen gehen jetzt hin, Technik schreitet fort und Photoshoppen den Kopf ihrer Katzen auf Bienenkörper. Da gibt es also zig Fotos hier auch in diesem Beitrag aus meinem absolut neuen Lieblingsmagazin Deine Tierwelt-Magazin. Da habe ich letztens schon mal was zugebracht, ich glaube zu dem Hundehalsband, was sich anschimpft. Und das geht auch gleich so los, na, überkommt dich mal wieder die Corona-Langeweile? Für ein bisschen Beschäftigung sorgt derzeit ein kurioser Trend in den sozialen Medien. Menschen basteln mit Photoshop den Kopf ihrer Katze auf Bienen und dann zeigen die hier so die lustigsten Ergebnisse. Da ist jetzt eigentlich gar nicht wahnsinnig viel mehr mit verbunden, außer dass es echt lustige Fotos sind. Und ich zeige das mal an dem Ballermann. Also ich meine, wie kommen Leute da drauf, so ein Bienenkörper? Also Bienen haben ja schon so ein dunkles Gesicht. Und das sind ja auch überwiegend schwarze Katzen, die dann genommen werden und einfach auf Bienenhinterteile drauf montiert werden. Und das sieht auch ganz lustig aus. Nee, das sieht nicht lustig aus. Da wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Aber ich finde, das sieht irgendwie spooky aus. Oder spooky, ja. Aber das ist, deswegen dachte ich, also diese Internet-Trends, die haben wir ja immer mal wieder hier in dem Podcast. Und ich mag es auch gerne, die mal hier zu besprechen, weil ich mich dann immer wieder frage, wozu braucht man das? Und was ist überhaupt die Affinität zu Katzen? Ich frage mich ehrlich gesagt auch, wieso hat so etwas das Zeug zum Internet-Trend? Also das ist doch total bescheuert. Ich meine, das sieht, vielleicht hat jetzt keine Bilder natürlich vor Augen, da sind bestimmt auch ein paar lustige bei. Und es gibt genügend Katzenliebhaber, die das dann vielleicht auch lustig finden. Aber also Katzenköpfe auf Bienenkörper, das ist ja jetzt nur wirklich alles andere als irgendwie so unglaublich kreativ oder unglaublich speziell. Also dass in Liebhaberforen sowas gemacht wird, okay, aber dass sowas dann zum Internet-Trend taugt, schnalle ich nicht. Also naja. Ja genau, und zwar zum wiederholten Maße. Also deswegen habe ich es, glaube ich, auch einfach nur jetzt hier rausgezogen, weil mir das jetzt über die Jahre immer mal wieder aufgefallen ist, dass sich Katzen unheimlich gut anbieten für diese Trends. Katzenbart, hatte ich eben schon erwähnt, dann diese Katzen-Videos und so weiter. Aber Katzen-Videos, ja, aber das stimmt. Also zum Beispiel diese Fail-Videos, wo dann so eine Katze dann immer so, was ich, wo an die Wand springt und dann so runter schmiert. Also das ist wieder dein Humor. Nein, aber das war ja auch immer lustig. Also das einzige Katzen-Video, was wirklich meine Hochachtung fast schon hervorgerufen hat, ist ein sicherlich vielen bekanntes Video, weil es auch über WhatsApp rumging, wo eine Katze in einer Wohnung eigentlich wirklich noch um einiges besser als Oliver Kahn und Manuel Neuer zusammen Bälle hält, die da auf eine Tür geschossen werden in einem Flur einer Wohnung. Also unglaubliches Torwart-Talent. Also diese Katze, die hat wirklich meine Hochachtung. Ja, und offensichtlich scheint das dann immer wieder viele Leute anzuziehen. Die einzige rationale Erklärung, die ich dafür habe, ist die, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die Katzen mögen. Und die gucken sich das dann halt an und liken sowas in den sozialen Medien. Was anderes kann ich mir nicht erklären als das. Wenn ich jetzt hier einen Elefantenkopf auf die Biene montiere, ist das natürlich auch skurril. Erinnert so ein bisschen, habt ihr doch bestimmt bei euren Kids auch gehabt, diese Bücher, wo man dann, oder auch so Spiele, wo man die Unterteil von dem Elefanten, Mittelteil vom Leoparden und den Kopf von einer Graffe oder sowas immer so zusammenwürfeln kann. So sieht das hier auch so ein bisschen aus, wie so ein Spiel. Und wie gesagt, auch eher so ein kleiner Quickie hier, ein Themenquickie. Komplett bescheuert, muss ich mal sagen. Ja. Komplett. Ja, Ballermann, machst du jetzt schon deinen Monolog oder? Das Geile ist, der Ballermann hat mir vorher hoch und heilig versprochen, er macht heute gar keinen Monolog. Aber das ist ja oft auch nichts wert. Jetzt hast du das wieder verraten. Ja, wir gucken. Du Schwein. Aber ich hätte natürlich schon das Potenzial gehabt. Also Leute, wir sind ja in schwierigen Zeiten. Corona darf da natürlich nicht fehlen. Ich habe ja schon eine große Corona-Story in den Eingang gepackt. Die 113-Jährige, die es geschafft hat. Das alte Blessun. Aber was wäre eine schöne Sendung mit uns, ohne den zweiwöchentlichen Bericht von einem schön abgefahrenen Diktator, der hier doch auch mal wieder zu Wort kommen muss. Und da gibt es ja schon so ein paar Favoriten, wenn wir jetzt gerade mal bei thailändischen Bieren sind. Also zum Beispiel der König von Thailand, der hat es ja auch eigentlich drauf, so in Richtung Diktator. Also ich glaube, wenn du da irgendwie was gegen sagst, dann kommst du auch sofort in den Knast und so. Aber über den berichte ich jetzt mal nicht, sondern über den Republikchef, die Bezeichnung ist wichtig, Republikchef von Tschetschenien. Ramzan Kadirov. Schon mal gehört? Ja, der ist doch eigentlich so ein, der ist doch irgendwie so ein Militär. Ja, das ist ja, ich glaube, die Grenzen vermischen sich da. Aber ich hatte irgendwie so den Eindruck, der ist doch irgendwie, haben die nicht da irgendwie sich an die Macht, die Militärs da irgendwie die Macht übernommen? Die hatten doch früher auch einen Präsidenten. Ja, der war auch mal Präsident, der hat sich aber umbenannt in Republikchef. Achso, wahrscheinlich fand er den Namen geiler. Klingt eben einfach demokratischer wahrscheinlich. Und sein Vater, der war schon an der Macht und den hat man dann, ich glaube mal per Bombe aus dem Weg geräumt. Und dann ist sein Sohnemann ran. Relativ autoritärer Typ, was man in Tschetschenien ja gar nicht vermuten würde. Aber auch natürlich ganz dicke mit dem Putin. Ja, und auch dort gibt es Corona. Und da hat dann mal die einzige, einige der wenigen investigativen russischen Zeitungen, hat dann mal nachgeforscht, die Novaya Gazeta, ich glaube das ist auch ein Begriff, und hat versucht mal einen Bericht zu bringen über die Lage Corona-Kranker in Tschetschenien. Und die russische Staatsanwaltschaft hat diesen Artikel geblockt. Also durfte sie nicht veröffentlichen. Und zwar, was war der Grund? Der wurde eigentlich gar nicht genannt. Und zwar enthalte nämlich die Darstellung zweifelhafte, aber für die Gesellschaft wichtige Informationen, die für das Leben und die Gesundheit von Bürgern und öffentliche Ordnung eine Bedrohung ist. Weshalb auch immer. Aber wie gesagt, keiner weiß, was inhaltlich der Grund war. Was war das jetzt für eine Meldung? Wen hast du da gerade zitiert? Also das war jetzt gerade die russische Staatsanwaltschaft, die eben diesen Artikel unterbunden hat, der Novaya Gazeta. Und übrigens der Artikel, den ich hier behandle, der ist außer Frankfurter Allgemein. Vom 17.04. allerdings schon. Dort wird dann weiter ausgeführt, herausgeführt, dass die Lage von in Tschetschenien ein Corona-Erkrankter oder vielleicht auch nur in Quarantäne sich befindlicher Person nicht gerade zum Zuckerschlecken ist, weil nämlich dieser Regime-Chef, Ramzan Kadirov, Corona-Infizierte oder sagt, dass Corona-Infizierte Menschen wie Terroristen zu behandeln sind. Das hört sich jetzt schon mal wirklich krass an. Das ist also so eine richtige Kriminalisierung dieser infizierten Menschen. Und es wird dann hier auch berichtet von Massenverhaftungen von Tschetschenien, die eben die Selbstisolation, also eine Quarantäne-Vorschrift nicht beachten. Und ganz schlimm wird es halt, wenn du meldest, dass du irgendwelche Krankheitssymptome hast. Und deswegen ist auch die allgemeine Devise, würde niemals, was den Behörden sagen, lieber sterben. Das ist, also die würden sich niemals irgendwie dazu öffentlich bekennen. Da muss es aber wohl mal einen Fall gegeben haben, wo es dann relativ klar ist, dass der Corona hat. Und ich vermute, das war auch ein Politiker, aber es ist nicht ganz klar. Und zwar hat dann aber der Sprecher des tschetschenischen Parlaments, Magomed Daudov, in einer Klinik angerufen. Und zwar hat er dann die Ärzte angewiesen seit das Telefon. Einen Patienten, Abdullah Garayev, zu geben. Und der wurde dann per Telefon vom Parlamentspräsidenten verhört. Und hat dann letztendlich resümiert, der Garayev, also kurz dieser Patient, habe nicht ein Gramm Gewissen, weil er eben Corona hat. Ja, das ist schon, naja, auf jeden Fall ist in dem Land auch alles dicht. Und die haben sogar Notaufnahmen und so weiter geschlossen. Und sind überhaupt nicht in der Lage, damit umzugehen. Und deswegen könnte es ein gewisses Interesse geben daran, vermute ich mal, das nicht offenkundig werden zu lassen. Das dürfte der wahre Grund sein. Der Ramzan Kadirov hat sowieso allgemein Berichterstattung nicht so gern und appelliert dann auch an den FSB, also den Inlandsgeheimdienst der Russen, dass er doch bitte die Nichtmenschen von der Novaya Gazeta stoppen soll, das tschetschenische Volk zu verunlimpfen. Und er sagt dann weiterhin, wenn ihr uns kriminalisieren wollt, dann sagt das doch einfach, dann machen wir das. Dann nimmt einer die Verantwortung, so sagt er das wörtlich, dann nimmt einer die Verantwortung und die gesetzliche Strafe auf sich, sitzt im Gefängnis und kommt wieder raus. Kurz, der lässt sie dann halt lang machen und dann geht einer ins Gefängnis und dann ist die aber lang, die Person. Was mir ein bisschen auffällt, mir meine ich zumindest zu beobachten, ist, dass in den ganzen Ländern, wo so Diktatoren und Scheindiktatoren an der Macht sind oder irgendwelche selbsternannten Herrscher, was auch immer, dass die scheinbar, wo man ja meinen müsste, das wäre einfacher, ist mein Eindruck, dass sie irgendwie größere Probleme haben, Corona zu bewältigen, auch wenn da vieles im Hintergrund gehalten wird. Also wenn man auf das Tatsächliche glauben will, dass die Lagen da schlechter sind, weil die einfach irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das in dem Führungsstil beinhaltet oder so, dass das einfach, ja, das lieber zu kaschieren und dann zu akzeptieren, dass im Hintergrund diese Seuche, diese Pandemie sich ausbreitet, anstatt wirklich Handlungen zu ergreifen, die den Menschen helfen. Das ist nur so ein persönlicher Eindruck, Ja, ich finde, nichts Genaues weiß man nicht aus diesen Ländern. Du kriegst vielleicht mal in irgendeiner Tabelle, irgendeine Zahl aus Russland irgendwie, weiß was ich, schon mehrere hunderttausend Infizierte, aber irgendwie nur zweieinhalbtausend Tote und andere Länder, wo du nicht genau weißt, was passiert da überhaupt. Das ist ja eigentlich so, dass bei dieser Pandemie, und das finde ich eigentlich ganz interessant, doch relativ viel Transparenz herrscht. Die Zahlen werden überall veröffentlicht. Klar, der ein oder andere dreht ein bisschen dran, aber es wird auch dann aus den verschiedensten Ländern auch berichtet. Aus Schweden kennt man die Berichte, aus den USA sowieso, Brasilien und weiß nicht, wo. Also es ist eigentlich relativ viel an Nachrichten unterwegs. Aber dann gibt es so ein paar Länder, da hast du mal hier und da eine Zahl. Aber so genaues weiß man nicht. Und das ist bei Tschetschenien jetzt das erste Mal, dass ich da so etwas Genaueres höre. Das ist ja ganz interessant, auch wenn es ehrlich gesagt ziemlich krank ist, was Karl-Heinz dazu berichten hat. Es gibt da noch einen anderen Ansatz, weißt du? Der sagt ja, man, also der bekennt sich ja im Grunde genommen noch zu Corona. Da ist er halt bloß mit den Maßnahmen ziemlich rigide. Es gibt aber auch einen ganz anderen Ansatz von meinem anderen großen Lieblingsdiktator, nämlich von, kennt ihr den noch? Uzbekistan. Nee, aus Turkmenistan. Aus Turkmenistan. Könnt ihr den Namen noch? Wisst ihr noch ungefähr? Nee, den kriege ich jetzt nicht. Nee, okay. Gurbanggudi Berdimuhamedov. Unser alter Freund, der Tausendsasser, Messerwerfer, Fahrradfahrer, alles, der kann doch alles. So, was hat der gemacht? Ja, der hat einfach schlicht das Wort Corona aus der Öffentlichkeit verbannt. Da darfst du das Wort Corona überhaupt nicht verwenden. Also zum Beispiel in Gesundheitsbroschüren wird dann geschwiemelt über Leiden oder akute Erkrankungen der Atemwege. Aber definitiv nicht Corona. Und wenn du das wagen solltest, an einer Busstation oder sonst wo in der Öffentlichkeit zu sagen, dann wirst du ratzfatz weggesperrt. So hat man dann natürlich ganz leicht auch mal null Corona-Fälle. Das macht die Sache natürlich ganz schön einfach. Wenn auch im Grunde genommen die ganze Hauptstadt abgeriegelt ist, alle Geschäfte dicht haben und sonst was. Also das ist da schon auch so. Aber es wird halt nicht drüber gesprochen. Und man muss auch dazu sagen, er scheint immun zu sein. Für ihn gelten keine Beschränkungen natürlich. Und zeigt sich überall. Neulich zum Beispiel hat er dann in einer Moschee wieder Gedichte aus Eigenproduktion vorgetragen. Der Tausendsasser. Der Tausendsasser. Und demonstrierte körperliche Nähe, indem er alten Männern die Hand schüttelte. Er schüttelte. Ja, ich meine gute alte Männer, die sind ja auch am wenigsten betroffen von Corona. Und dann hat er ja auch nach dieser Moschee noch ein Van geschenkt. Und zwar, aber natürlich hat er da sehr aufgepasst. Der hat das nämlich vorher desinfizieren lassen. Und zwar mit dem Rauch einer angezündeten Wunderpflanze. Also da kann dann eigentlich auch wirklich nichts passieren. Die er selber aber natürlich gezüchtet hat. Wahrscheinlich. So und jetzt noch die Frage. Das steht hier nicht, aber welche Farbe darf denn der Van nicht haben? Weiß. War doch irgendwas mit Weiß. Oder war es schwarz? Schwarz. Schwarz, genau. Also der war wahrscheinlich weiß, weil das war doch so der Typ, der alles in weiß haben wollte. Ja, und der hat auf jeden Fall schwarze Autos verboten. Es gibt also in der ganzen, ich weiß gar nicht, ob es in der Republik ist, Turkmenistan kein schwarzes Auto, weil er das ja verboten hatte. Der Gurbang Goli Berdi Muhamedov. Ne? So. Großartiger Typ. Ja, ich sag's dir. Das ist echt, über den sollte man, ich meine, das hat der auch schon mal gemacht, so eine Reality-Sendung über sein eigenes Leben. Das wäre doch eigentlich cool, wenn man mal einfach so einen Typen begleitet. Ich glaube, das hat hohe Einschaltquoten in Deutschland. Ich finde, wir sollten hier in der Sendung so eine Rubrik einführen, Ballermanns-Dispoten. Da kann er dann immer über deine Lieblingsdiktatoren und sonstigen Schinder und Schänder berichten. Schinder. Weil ich warte auch immer noch jede Woche darauf, dass du über das eigentlich konsequenteste aller Corona-Bekämpfungsprogramme aus Nordkorea berichtest, wo Leute bei ersten Anzeichen dem Vernehmen nach einfach erschossen werden. Das müsste dir doch sehr zusagen. Ja, das sagt mir ja nichts zu. Ja, richtig. Mir sagt ja nicht das Prozedere zu, sondern mir sagen ja nur die Geschichten darüber zu, weil das so kranke Typen sind. Du bist ja nicht allein in dieser Welt. Ja, aber Nordkorea hattest du tatsächlich noch nicht auf der Agenda, ne? Richtig? Ja, ja, ich weiß. Ich arbeite mich so langsam ab. Auf dieser Welt habe ich sicherlich noch ein paar Folgen, wo ich gut was befüllen könnte, bevor ich zu Nordkorea komme. Also, liebe Zuhörer, freut euch auf eine neue Episode von Ballermanns Dispoten in der nächsten Ausgabe von Voll in die Passe. Jetzt hast du auch was versprochen. Jetzt müsst ihr aber auch mit ran. Ich meine, ihr seid ja auch mit in der Ausgabe. Wir können natürlich gerne mal ein Diktatoren-Special machen. Ja. Ne? Ja. Aber dann aktuelle. Nicht irgendwie so, nicht, dass so einer mit Kublai Khan kommt oder sowas. Obwohl der Name schon gut ist. Ja. Ja. Nee, das ist ein Diktatoren-Special. Das wäre ja etwas, was man jetzt vielleicht mal in den Shownotes diskutieren könnte. Ah. Ob ein Diktatoren-Special von unserer Fanbase gewünscht wird oder nicht. Also, für die Zuhörer, Shownotes sind, das muss man einfach wissen, das sind die Erläuterungen bei dem Podcast selbst. Also, so textliche Darstellung auf der Webseite. Das ist wirklich ganz aufweisbar. Ballermann, du kennst dich so gut aus. Ja. Wie heißt das denn auf Thai eigentlich? Äh, Chang Chang Kang. Okay. So, ist auch ein Mandarin? So. Bevor es jetzt zu ausfallend wird, hast du noch einen kleinen Quickie? Hey, sag mal, oder willst du deine große Story abfeuern? Mal los. Also, ich, 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 ich mache, ich mache mein, mein Quickie am Ende. Das ist, das passt dann so zum, so hinten raus nochmal was Kurzes raushauen. Jetzt mache ich mal, das ist gar keine große Geschichte, die ich jetzt hier habe, aber normales Format. Und zwar geht es um eine Geschichte, die ich auf ntv.de gefunden habe. vom 23. April ist die schon und da geht es um einen Unfall und zwar einen Unfall eines Radfahrers. Konkret ein über einen Feldweg gespannter Stacheldraht wurde für einen Mountainbiker zur gefährlichen Falle. Und das hat dann einen jahrelangen Rechtsstreit, Zivilrechtsstreit nach sich bezogen, den ich jetzt hier mal in aller Kürze darstellen möchte anhand dieses Artikels. Und zwar der frühere Marineoffizier aus Rostock. Und zwar heißt er Christian Tiffert. Die kenne ich. Der war Fußballer. Ja, denn der Name ist auch der eines Fußballers, das stimmt, aber das ist eine zufällige Namensgleichheit. Dem war jedenfalls 2012 schon, also schon acht Jahre her, bei Hamburg auf einer Tour mit dem Mountainbike ein über einen Feldweg bespannter Stacheldraht zum Verhängnis geworden. Beim Bremsen stürzte er kopfüber in die Absperrung. Seither ist der 43-Jährige vom Hals abwärts gelähmt. Also eine wirklich üble Geschichte. Und im Zuge dessen kam es dann, wie gesagt, zu diesem Gerichtsverfahren, über das ich jetzt erzähle. Also ganz kurz nur zum Verständnis, mein Lieber. Der Stacheldraht, den hatten irgendwelche Scherzkekse da einmal quer über die Straße gespannt. Das war jetzt... Nee, das kommt jetzt noch, wie das dazu kam. Nämlich Ende der 80er Jahre wurde diese Sperre errichtet und die sollte eine Ruhezone für Wild schaffen. Deshalb sind auch die Pächter mit in diesem Gerichtsverfahren mit drin. Und auch die Gemeinde hatte der Errichtung zugestimmt. Bei der Gemeinde handelt es sich übrigens um die Gemeinde Prag mit Doppel-A, Kreis Stormahn in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob hier unser norddeutscher Karl-Heinz Ballermann das vielleicht kennt. Aber wahrscheinlich auch nicht. Habe ich jedenfalls noch nie von gehört. Ein früherer Jagdpächter hatte erst einmal zur Sicherung an Latten in der Mitte des Wegs ein Durchfahrtverbotenschild für Autos befestigt. Und rechts und links wurden aber dann auch noch diese Stacheldrähte gespannt. Und das ahnte der Mountainbiker nicht. Und als es dann zu dem Unfall kam, wurde der erst zwei Stunden später mit gewrochenen Halswirbeln gefunden. Er forderte dann in einem Rechtsstreit 500.000 Euro. Außerdem ging es auch um lebenslange Kosten. Denn er ist ja, wie gesagt, gelähmt und dauerhaft hochgradig pflegebedürftig und wird rund um die Uhr von einem Assistenten, die ihn betreut. Es geht um richtig viel Geld. Und natürlich nicht nur viel Geld, sondern das Geld ist ja auch dafür da, eben dass der noch irgendwie ein würdiges Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten führen kann. Und jetzt war es so, dass das OLG Schleswig-Holstein, also Oberlandesgericht 2017, zwar davon ausgegangen war, dass die Gemeinde und die Pächter Pflichten verletzt hätten. Sie hätten mit Radfahrern da rechnen müssen. Aber trotzdem hat der Christian Piffert nur 25 Prozent der geforderten Summe zugesprochen bekommen, denn er sei zu schnell gefahren und habe sein neues Rad nicht richtig beherrscht. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es war wohl so, dass es, wie gesagt, ein neues Fahrrad gewesen, was er sich da angeschafft hatte. Und die Bremsen, man kennt das ja vielleicht auch selber, am neuen Rad bremsen, das ist immer so ein bisschen tückisch. Die können auch schon mal heftig funktionieren, sodass er einen auch vom Rad schmeißen kann. Und das wurde ihm dann davor gehalten. So, und dann ist das Ganze aber jetzt zum BGH gegangen. Jetzt möchte ich mal hier euch zwei Wahnsinnige da fragen, denen natürlich jedes Rechtsgefühl total abgeht. Was glaubt ihr denn? Was hat der BGH zu dieser Geschichte gesagt? Der Christian Piffert, der wollte natürlich jetzt mehr als nur die 25 Prozent. Also er musste sich ja dann im Prinzip zu 75 Prozent sagen lassen, hey, du bist selbst schuld, du bist zu schnell gefahren. Und außerdem hast du dich mit deinem eigenen Rad nicht ausgekündigt. Da stand ja ein Schild Durchfahrt verboten. Und galt das nur für Autos oder galt das auch für Fahrräder? Also das wäre für mich mal die erste Frage. Laut Text ist das ein Durchfahrt verboten Schild für Autos. Also mit dem Fahrrad hätte man theoretisch durchfahren dürfen. Gehen wir jetzt mal von aus. Weil hätte er da gar nicht durchfahren dürfen, dann ist das ja zumindest auch ein Teil mit Schuld, wenn er da verbotswidrig in irgendeine Straße rein donnern will. Aber gehen wir mal von aus, er hätte da reinfahren dürfen. Genau, nach dem Text müssen wir davon ausgehen, da steht, was das für Autos war. Ja. Ja, was meint er? Also das riecht so ein bisschen nach so einem salomonischen Urteil für meine Begriffe. Weil ich meine, da ist dann zumindest die Haupt, so wie ich das verstanden habe, der Hauptweg war eigentlich gesperrt, bloß an den Seiten hätte er vorbeigekommen. Und da wurde dann Stacheldraht gespannt. Was definitiv, glaube ich, auch eine relativ krasse Nummer ist. Weil auch wenn du da zum Beispiel als Sehbehinderter oder so das langläufst, dann kannst du dich ja auch im Stacheldraht verhängen. Also, aber vielleicht angesichts dessen der Auswirkungen, die dieser Unfall hatte, würde ich mal tippen, dass die Richter vielleicht auch so ein kleines bisschen Wohlwollender für den Geschädigten geurteilt haben. Und würde das Verhältnis jetzt umdrehen, dass er 75 Prozent bekommt und 25 Prozent mit Schuld trägt, mit Verschulden. Ja, Karl-Heinz Ballermann, Mensch, das hätte ich ja gar nicht zugetraut. Damit bist du schon echt ziemlich gut. Und vielleicht sollst du beim BGH mal deine Unterlagen einreichen. Die haben mich da völlig verkannt. Die wollten mich nicht. Lag am Namen. Richter Ballermann. Jedenfalls, die BGH-Richter sagten, ein Hindernis. Also, man muss sich das so vorstellen, glaube ich, das Schild steht in der Mitte des Weges. Also, ich stelle mir so einen Weg halt so einspurig vor. Und mitten in der Mitte ein Schild. Das ist ja auch nicht allzu breit so ein Schild. Das heißt, da ist schon noch Platz recht und links eigentlich, wenn da nicht gerade Stacheldraht wäre. So, und jetzt sage ich mal, gerade was der BGH gesagt hat, ein Hindernis wie der Stacheldraht sei völlig ungewöhnlich und objektiv geradezu als tückisch anzusehen, sodass ein Fahrradfahrer hiermit nicht rechnen muss. Das OLG könne ihm auch nicht vorwerfen, dass ich das Rad nur überschlagen habe, weil er mit dessen Bremsverhalten noch nicht gut genug vertraut gewesen sei. Er habe keine Zeit zum Überlegen gehabt und aus verständlichem Erschrecken objektiv falsch reagiert. So, und jetzt ist es nämlich in der Tat so, dass er mindestens 75 Prozent der Summe bekommt. Ein gewisser Abzug, die restlichen 25 Prozent darüber, muss das OLG Schleswig-Holstein noch mal verhandeln, weil der wohl in Klickpedalen unterwegs war, was wohl auf so einem Waldweg jetzt nicht unbedingt angezeigt ist. Und das ist aber wohl ein Aspekt, der anscheinend in der Verhandlung bisher noch nicht so richtig aufgeklärt wurde, der dann vom OLG noch mal aufgeklärt werden muss und entschieden werden muss. Jedenfalls ist der Kläger, der Christian Tiffert, ist sehr erleichtert. Er wird hier jetzt noch zitiert, er prozessiere seit fast acht Jahren. Bisher hätten die Gerichte die Schuld immer vor allem bei ihm gesehen. Da kommt man schon ins Verzweifeln. Jetzt gäbe es einfach die Aussage, wir hätten es daran nichts ändern können. Da fällt eine Riesenlast ab. Ja, und das kann ich echt gut verstehen. Also man muss sich das mal vorstellen mit einer einzigen Aktion. Ja, das sind ja so diese Momente, irgendwie im Straßenverkehr auf so einem Waldweg, wo auch immer eine Kleinigkeit geht schief und dein ganzes Leben ist von heute auf morgen komplett verändert, komplett, vielleicht kann man auch sagen, im Eimer. Und dann sitzt du da und da macht es, glaube ich, schon einen Unterschied. Ob du da sitzt und dir die ganze Zeit vorhalten lassen musst, wenn es auch hier juristisch ist und jetzt vielleicht nicht moralisch, dass du selber schuld bist oder ob die Leute dir sagen, hör mal, Junge, du konntest da nichts für. Es ist gut, mach dir keine Vorwürfe. Ganz im Gegenteil, da müssen andere dir sogar noch finanziell unter die Arme greifen, dass du jetzt dein Leben bewältigt kriegst. Ja, nee, das stimmt. Ich finde solche Geschichten übrigens immer total gruselig. Das ist für mich so das größte Grauen. Ja, weil es dir zeigt, wie schnell, du kannst jetzt hier aus dem Benanza-Bus aussteigen, einmal dumm stolpern, auf die Fresse fliegen und nicht mehr in der Lage sein, so schlaue juristische Einschätzungen abzugeben. Ja, es geht halt, das Leben ist halt kostbar und ist einfach, kann einfach schnell, also es ist wertvoll, sagen wir es mal so. Und das macht man sich halt in solchen Situationen immer wieder bewusst. Ich finde, ich finde aber auch diese, dieser Zustand, also es gibt ja so, was ich, da hast du während, was ich, verlierst ein Bein oder so, sage ich jetzt mal so. Aber gerade das, also so dieses ab dem Hals gelähmt werden durch so einen Unfall, wo du vorher wahrscheinlich total aktiv warst und kannst dir noch nicht mal selber irgendwie notfalls auch was antun, keine Ahnung. Selbst wenn du das wolltest, das finde ich echt, das gehört zu einer meiner persönlichen Horrorvorstellungen, muss ich sagen. Ja, absolut. Und es ist halt so ein Bruchteil einer Sekunde, eine falsche Entscheidung, dann ist das passiert. Genau, genau. Und wenn man mal ehrlich ist, ja, vielleicht, wenn jeder mal, also zumindest, wenn man schon so ein paar Jährchen hier auf dem Planeten rumrennt, wenn jeder mal in seinem eigenen Leben so ein bisschen zurückdenkt, ich wette, jeder findet mal irgendwo einen Moment, wo es hätte schiefgehen können, wo man wirklich im Nachhinein gedacht hat, das hätte jetzt es auch sein können. Hast du solche Momente wirklich vor Augen, weil meine Tochter hat mich lustigerweise gestern gefragt, Papa, gab es schon mal Momente in deinem Leben, wo du fast gestorben wärst? Und da habe ich nachgedacht und habe gesagt, also bewusst ist mir keine, also kein Moment und keine Situation. Aber natürlich gab es vielleicht objektiv schon Situationen, keine Ahnung, wenn du feiern warst oder auch unvorsichtig oder 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 müde im Straßenverkehr, beinahe Unfälle, wo vielleicht durch einen ganz kleinen, ganz kleinen Wink des Schicksals anders gelaufen wäre und du vielleicht sogar gestorben wärst. Und das sind so ganz komische, ich will mich sowas, ich will darüber gar nicht nachdenken, weil ich einfach irgendwie mit so einem Grundvertrauen durchs Leben gehe und sage, alles wird gut bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr gut ist und dann ist es halt vorbei. Aber bis dahin will ich mich nicht sorgen, wie der gute Carnegie schon immer gesagt hat. Ich hatte, also ich kann mir tatsächlich zwei Situationen jetzt auf Anhieb denken und wenn ich länger nachdenken würde, dann gibt es sicherlich noch mehr. Es sind ja auch manchmal ganz unspektakuläre Situationen, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, weil ehrlich gesagt im Straßenverkehr, wenn du durch die City jeden Tag, weiß nicht, zehn Kilometer hin und zurück zur Arbeit fährst, dann wirst du wahrscheinlich pro Woche zwei, dreimal, wenn du nicht selbst aufpasst, quasi totgefahren. Also du musst ja immer mit dem Fehlverhalten auch anderer, vor allem der Autofahrer, wenn du Radfahrer bist, rechnen. Und wenn du das tust, dann kommst du eigentlich auch gut durch den Straßenverkehr. Aber wenn du es nicht tun würdest, dann eben nicht. Und also mir ist zum Beispiel, als du jetzt das sagtest mit deiner Tochter, die dich das gefragt hat, direkt eingefallen, dass ich mal im Urlaub Paragliden gemacht habe, einen Tandemflug. Und das waren über 2000 Meter. Es sah immer so toll aus, wie die da alle runterflogen und am Strand landeten. Das habe ich dann auch gemacht. Das war in der Türkei damals. Und es gab natürlich überhaupt gar kein Training dafür. Das heißt, du hast irgendwie nur gesagt gekriegt, du musst dich dann da rückwärts, wenn es den Hügel runtergeht, dann in den Sitz reinhiefen. Das muss man sich so vorstellen, als wenn du am Stufenbarren oder am Barren bist, mit den Händen am Barren, so in der Luft. Und dann nach hinten setzst du dich, dann stemmst du dich in so einen Sitz rein. Und dann waren wir schon in der Luft. Weiß der Teufel, wie viel hundert Meter es da schon runterging? Und ich kam in diesen Sitz nicht rein. Und ich war da wirklich nur mit den Händen an der Stange, rechts und links. Das war das, womit ich in der Luft hing. Das war nur meine Muskelkraft. Und dann hat irgendwie der Typ hinter mir noch geholfen, dass ich da hinten irgendwie in diese Sitzschale oder was, was da war, reinkam. Da habe ich auch im Nachhinein noch gedacht. Und das nur, weil du irgendwie mal, ich meine, das haben viele Touris da gemacht, sobald du mal irgendwie da irgendwie toll übers Meer fliegen wolltest. Also sowas kann schief gehen. Das ist krass. Und da gibt es ja viele Szenen auch als Fahranfänger, wo ich mal bei einer Bodenwelle wirklich dann der Wagen plötzlich so ein bisschen abgehoben hat und ich gedacht habe, das war jetzt reines Glück, dass der nicht aus der Kurve geflogen ist. Also es gibt schon Situationen. Und insofern, das ist eine ganz üble Geschichte hier mit dem Christian Tiffert. Und umso besser, dass es jetzt wenigstens finanziell gut aussieht für ihn. Ich finde es auch immer bemerkenswert, man liest ja häufiger von solchen Sachen wie jetzt auch der, wie heißt der noch, Koch, der dem bei Wetten, dass das passiert ist. Ich finde es immer bemerkenswert, wenn die Leute oder diese Radfahrerin, da gab es auch irgendeine deutsche Bahnradfahrerin, die auch gestürzt ist, also Zusammenstoß gab es und die jetzt auch im Rollstuhl. Ja, aber zumindest nicht halb, 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 nicht halsabgärts gelähmt. Das ist immerhin das nicht. Ja, ja, trotzdem. Ich finde es sehr bemerkenswert, was die Leute dann immer noch aus dem Leben machen. Und hier der Christian Tiffert sagt auch, oder sie schreiben über ihn, er hat einen gemeinnützigen Verein für behinderte Kinder in Russland gegründet und ist da auch schon häufiger mit seinem E-Rolli gewesen. Und ich finde sowas sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Okay, wisst ihr, was ich auch bemerkenswert finde? Dass mir immer nachgesagt wird, dass ich hier meine Monologe abspule und ihr labert. Was heißt, ihr? Ja, du ja auch. Wenn ihr mal ins Gras beißt, dann muss man das Maul noch einfach mit Tothauen. Ich habe kurz über ein paar Katzen berichtet, das war alles bisher. Und sorge dafür, dass du hier schön Bölkstoff hast. Ja, nix. Das ist hier ein Skandal. Ich will da nix mehr von hören von meinen Monologen. Apropos Bölkstoff. Der Ballermann, um den bisschen hier wieder zu besänftigen, ist ja auch ein großer Anhänger des chinesischen Lebens. Und deswegen ist meine zweite Dreingabe für diesen Podcast hier ein schönes chinesisches Bier, Tsingtao. Tsingtao. Tsingtao, wahrscheinlich. Du musst es uns sagen, wie man es ausspricht. Tsingtao. Ja, das ist sehr interessant, wenn ich mein, ich habe ein sehr vertieftes Wissen, muss ich sagen, dazu. Weil das war ja ursprünglich mal eine deutsche Kolonie. Du Schwein. Ja, wirklich. Du hast ja hier in meinen Artikel reingespritzt. Nein. Ich habe mir das nämlich, das ist tatsächlich wahr. Ich glaube, 1894 oder sowas. Nee, ich glaube, 1894, so um den Dreh. Die Kolonie wahrscheinlich, ja. Die wurde auf jeden Fall 1914 im November von den Japanern erobert, im Ersten Weltkrieg. Und ja, das ist alles wahr. Alles wahr. Und 1903 haben sie dann in dieser damals noch deutschen Kolonialstadt Tsingtao die Brauerei Tsingtao gegründet. Die wird ein bisschen anders wahrscheinlich ausgesprochen. Und heute zählt Tsingtao, also über 100 Jahre später, zu den größten Brauereien weltweit. Ist unter den Top Ten in der ganzen Welt und ist eine von zwei großen chinesischen Brauereien. Wenn du jetzt richtig gut bist, weißt du auch noch, wie die andere ist. Ich weiß es nämlich nicht. Nee, muss ich zugeben. Trinkt immer nur Tsingtao. Ja, und zwar die Straßenzüge dieser Stadt. Die wurden nämlich geschaffen nach dem Schachbrettmustervorbild von Wilhelmshaven, meiner geliebten Heimatstadt. Ah, da wird ein Schuh draus. Ja, ja, und ich kann euch sagen, das schreit eigentlich wieder nach einer neuen Berichtsserie. Also da kann man auch wirklich in die Tiefe einsteigen. Es gab nämlich mal einen Skandal von nicht Bediensteten der Stadt, auch Bediensteten, aber auch gewählten Vertretern der Stadt Wilhelmshaven, die dann nämlich extra nach Tsingtao geflogen sind, nach China, bestimmt auch nicht Bretterklasse, um sich dort die Straßenlaternen anzuschauen. Weil da könnte man ja sozusagen im Sinne von Wilhelmshaven als Ursprungsstadt und dort, Tsingtao, die gleichen Straßenlaternen haben. Ja. Ne? Das ist geil, oder? Und diese Brauerei, Tsingtao, die wurde aber, weil das ja deutsch besetzt war oder deutsche Kolonie war, als Germania-Brauerei gegründet und ist dann eben in Tsingtao Brewery Co-Limited umgetauft worden. Und ja, ist schon ein altes Bier, aber das hier ist noch haltbar. Also nicht wie deine Geschichten, so das müsste zumindest noch halbbar sein. Schöne Idee, Ben. Ja. Zum Wohl, sag mal, für solche Dinge muss man halt im Bus kommen, ne? Gross. Auch eine grüne Flasche, rotes Label, lauter chinesische Schriftzeichen, Tsingtao, Premiumlager. Und das war's dazu. Und um meinen kleinen Asien-Exkurs, den ich für heute hier vorbereitet habe, kein Monolog, weil ich habe nur ganz kurze Geschichten abzurunden, gehen wir jetzt noch einmal nach Südkorea. Auch in Südkorea wird ja Fußball gespielt, vielleicht nicht so gut, aber es wird Fußball gespielt. Aber es hat gereicht, um die Deutschen aus der WM zu kicken, vielleicht doch ganz gut. Auf jeden Fall wird dort auch wie in der Bundesliga gekickt, allerdings vor Geisterkulissen. Und da hat sich der FC Soul was Lustiges ausgedacht, auch als Werbemaßnahme für Shops, die das verkaufen. Die haben nämlich auf die Zuschauertribünen Sexpuppen gesetzt. Schön mit Mundschutz natürlich an, sind aber Sexpuppen, die dann auch so kleine Werbeschilder teilweise anhaben, die dann für die Shops werben, wo man diese Sexpuppen kaufen kann. Das wäre auch mal wert, da tiefer einzusteigen, denn soweit ich weiß, sind ja diese Sexpuppen, die total lebensecht aussehen, im asiatischen Raum total beliebt. Also gerade von Japan weiß ich es, dass manche Leute wirklich mit so einer Puppe leben und eine Beziehung führen. Nein, ernsthaft? Ja, das weißt du nicht. Ja, das gibt es wirklich. Also die sehen aber auch schweinecht aus und sind, wie sie sich anfühlen, kann ich jetzt nicht sagen, aber sie sehen sehr, sehr echt aus. Sind auch sehr teuer und das Lustige bei diesem ultrakurzen Artikel ist eigentlich ein Kommentar, über den berichtet wird, denn das hat natürlich große Wellen geschlagen in den sozialen Netzwerken. Und dort hat wohl einer, ein Kommentator geschrieben, bei dem Interesse an unseren Geisterspielen dachte ich eigentlich, dass das Niveau des koreanischen Fußballs unser größtes Problem sei. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass wir noch ganz andere Probleme haben. Also das kam nicht rundum gut an, sieht aber witzig aus und ist natürlich wie alles in der sozialen Medienwelt schnell viral gegangen. Ja, aber die sitzen ja nicht in Strapsen. Also ich meine, du schickst ja das Bild ganz normal. Nein, nein, die sind ganz züchtig, aber T-Shirts halt, sehr ausgebeulte T-Shirts teilweise. Man kann sich halt auch über alles ischofieren, wenn man einen Grund sucht. Ja, aber ich frage mich, wenn der, wenn der, wenn jetzt hier auch erzählt, dass da in Japan ganze Beziehungen mit diesen Puppen geführt werden, die auch irgendwie mit dem Tamagotchi kombiniert, dass man sich da dauernd drum kümmern muss oder was? Aber guck mal, mit Sicherheit. Aber sag mal, das ist doch gar nicht hoch. Ich würde wetten, dass es da auch irgendwelche Softwareapplikationen gibt. Es gibt auf jeden Fall auch sprechende Puppen, da habe ich mal einen Bericht drüber gesehen, die du dann auch, zumindest mit denen auch kommunizieren kannst. Einsamkeit ist gerade in Japan auf jeden Fall ein großes Problem. Viele Leute sind da echt, die haben gar keine Zeit für eine Beziehung. Die arbeiten total viel und kommen dann nach Hause. Und wenn sie dann sozusagen ihre Beziehung einschalten können und für die acht Stunden, die sie noch Freizeit haben, dann Beziehungsleben machen können, dann wieder ausschalten und zur Arbeit gehen, dann ist das wahrscheinlich ganz praktisch, aber ist natürlich auch irgendwo traurig. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema gewesen. Ja gut. Andererseits, der Vorteil ist natürlich, die Olle gibt keinen Widerspruch. Du darfst auch immer raus. Gut, du hast ja keine Freunde, ne? Dann ist das da auch gar nicht so wild, aber hat auch Vorteile. Ja, das lässt tief blicken, was du da sagst. Ich spreche ja natürlich nicht für mich. Ja, ich frage für einen Freund. Genau. Für den Sommer. Apropos, sag mal, wir haben noch zwei, drei, vier Minütchen, wenn wir uns an unsere eigene Zeitvorgabe halten wollen. Willst du noch deinen Quickie loswerden am Ende? Wir wollen ja, dass du ja alle total rundum befriedigt... Also ich habe auch noch einen richtig langen Artikel, aber den hebe ich mir dann auf. Den hebst du auf für unsere Diktatur und sprechlich. Ja, also Quickies, Quickies, Quickies habe ich hier noch liegen. Und es ist ja eigentlich ganz schön. Ich habe jetzt überlegt, welchen bringe ich hier noch. Aber dieser muss jetzt sein, weil dann ist das ja sozusagen die Asien-Folge. Das passt sehr schön. Ich habe es in der Mitteldeutschen Zeitung gefunden, aber es ist, wie gesagt, eine asiatische Geschichte. Und zwar geht es darum, eine Chinesin hat ihrem Ex-Freund eine ganze Ladung Zwiebeln geschickt. Und zwar hat sich ihr Freund von ihr getrennt und daraufhin hat sie auf Rache gesinnen. Und zwar, sie lebt in der ostchinesischen Provinz Shandong und hat dort mehrere Tonnen Zwiebeln im Internet bestellt. Und sie vor dem Haus ihres Ex-Freunds hat sie die auskippen lassen, der sie eben ein paar Tage vorher verlassen hatte. Und sie sagt irgendwie dazu, anscheinend ist sie dazu dann später noch interviewt worden, befragt worden. Nun sei er an der Reihe zu weinen, sagt Zau. Und sie hatte dann den Lieferanten wohl auch angewiesen, die Zwiebeln da einfach abzuladen und ohne Klingeln wieder zu fahren. Ich habe drei Tage lang geweint, jetzt bist du dran. Das war die einzige Nachricht, die da dann hinterlassen wurde vor Ort. Und das war es. Und das nach gerade mal einem Jahr Beziehung, also da scheint der Herzschmerz trotz der vergleichsweise kurzen Beziehungszeit noch sehr, sehr groß gewesen zu sein. Und sie sagte, wie gesagt, sie kommt immer wieder aufs Thema Weinen zurück. Er habe ihr großen Schmerz bereitet, aber er hat sich geweigert zu weinen. Und deshalb sei sie auf die Idee mit den Zwiebeln gekommen. Jetzt soll er mal weinen. Ich will nicht die Einzige sein, die weint, wird sie hier zitiert. Vielleicht weiß man jetzt aber auch, warum der Typ sich von ihr getrennt hat. Das würde ich auch schon mal als gesichert abspuchen. Das könnte eine Rolle gespielt haben. Der Typ wird jetzt auch mal kurz ins Spiel gebracht. Der Mann fand die Reaktion seiner Ex-Freundin überzogen. Und seine Nachbarn sind stinksauer, weil auch sie den Gestank der Zwiebeln jetzt ertragen müssen. Jetzt kommt der Nachbar, der zitiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr Freund weint oder nicht, aber ich ersticke fast. Die ganze Nachbarschaft riecht nach verrottenen Zwiebeln. Also eine schöne Geschichte aus der Rubrik Racheaktion von verlassenen Partnern. Da könnte man wahrscheinlich auch mal schöne Meldungen zusammenstellen. Da kann man fast wahrscheinlich eine ganze Sendung mitmachen. Ich habe noch eine Frage. Hat gar nichts mit den Zwiebeln zu tun in unseren Asien- und China-Experten. Oder überhaupt Experte für fernöstliche Fremdsprachen. Shandong heißt doch dann bestimmt Elefantenkacke, oder? Nein, das heißt Elefantenhoden. Shandong. Na gut, haben wir das auch geklärt. Da wissen wir aber auch, wie das Bier schmeckt. Das ist auch wieder im Zusammenhang Shandong. Also das Zingtao finde ich leckerer. Ja, mit Abstand. Also klar, es hat ja auch Wilhelmshavenhoffwurzeln. Das ist natürlich auch logisch, dass das richtig gut schmeckt. Zu den Zwiebeln kann ich nur sagen, man hätte auch eine leckere Zwiebelsuppe draus machen können. Warum immer das Gemecker? Ja, oder Zwiebelkuchen. Ja, oder Zwiebelkuchen. Da hätte ich dir zurückgeschrieben, ich bin dir so dankbar. Wir haben das ganze Dorf eingeladen zu Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe. Ja, ist richtig. Also so eine ganze Lkw-Ladung, da kann man einiges an Kuchen und Zwiebelsuppe von machen. Und dann immer so Dankesfotos schicken mit den Nachbarn, wo die dann abfeuern mit den Zwiebeln. Also hätte ich das gemacht. Ach, die Leute. Ja, kann man natürlich viel lernen vom Ballermann. Vom Ballermann. In diesem Sinne, ich glaube, wir müssen unsere Sendung für heute beschließen. Wir könnten natürlich noch ewig weitersprechen. Haltet euch eure Monologe für die nächste Runde. Es gibt das Wort Monolog, möchte ich nicht mehr mit meinem Namen verbunden wissen. Das ist ja hier wohl, ihr habt das ja eindeutig bewiesen, dass ihr die Monologhalter hier seid. Mein Gott. Ja. Schlimm. Ben, vielleicht tust du einfach gleich so, als ob du noch auf Sendung wärst. Schallt das raus und lässt den einfach noch ein bisschen reden. Ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen was unverarbeitet. Der hat tatsächlich nicht vollkommen abreagieren können. Deswegen wird er gleich irgendwelche Schulkinder auf die Straße schubsen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe übrigens rückblickend zahlreiche Situationen gehabt, wenn ich mir das überlege. In denen hätte echt vielleicht etwas passieren können. Auch so als... Hat das was mit deinem losen Mundwerk zu tun? Nein, nein, das weniger. Aber zum Beispiel der Grund, warum ich einen Fahrradhelm trage, geht auf solche Situationen zurück. Gleich zwei innerhalb von zwei Wochen hatte ich. Das war so das... Aber auch, was wir so an unvernünftigen Sachen gemacht haben. Wir sind wie an Blitzableitern. Ihr kennt doch diese Blitzableitern, ne? Da sind wir dann hochgeklettert. Irgendwie so, weiß ich, so 15 Meter Gebäude. Nur an diesem Ding da. Totaler Wahnsinn. Das ist echt krass. Wir sind auch von irgendwelchen Klippen oder sonst wo springt man ja auch gerne mal in irgendwelche Gewässer. Und die Eltern haben zwar immer gesagt, das soll man nicht machen. Bis in der Rheinaue, da gibt es eine Brücke. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich da vorbeikomme. Da ist auch mal vor 20, 25 Jahren irgendeiner von so einer Brücke in die Rheinaue reingesprungen. Da hatten dummerweise halt andere Jugendliche wahrscheinlich einen Einkaufswagen im Wasser versenkt. Die ist ja auch nicht gerade tief. Und der ist dann ganz übel aufgeschlagen, auch querschnittgelähmt. Stand damals auch irgendwie in der Zeitung. Und seitdem habe ich dann tatsächlich gedacht, uh, ja. Auch so eine, also im Suppen oder in dem Jugendlichen Leichtsinn, was man da schon für schwachsinnige Ideen hatte, um dann sich da, was weiß ich, was zu beweisen. Das stimmt schon. Aber ganz konkret, Todessituation, dass ich dachte, jetzt bin ich fast gestorben, habe ich jetzt für das nicht vor Augen. Aber es könnte sein, dass das gleich kommt, wenn wir jetzt noch sehr viel mehr hier weiterquatschen müssen. Deswegen. Ich habe auch jetzt keinen Bock mehr. Leute, macht euch ein schönes Wochenende. Ja. Ne? Sag mal. Genau. Wir grüßen noch. Das hat wahrscheinlich keiner gemerkt, aber der Prollo-Ferrari war gar nicht da. Prollo! Den möchte ich auch noch gerne grüßen. Ja, genau. Ja, genau. Schöne Grüße an den Prollo, der heute nicht da ist. Der hat wahrscheinlich gestern so Gas gegeben. Ja. Gut. Name verpflichtet. Ja, dann lasst euch nochmal das Reisbier schmecken. Ja. Und gehabt euch alle wohl. Auch ihr Zuhörer, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüssing. 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 Tunch. Tschüss. Tschüssing.